Willkommen Leute zu Jurassic Park The Game. Weiter geht es hier im Gespräch mit der Frau, keine Ahnung wer sie eigentlich genau ist und dem Mann, bei dem wir auch noch nicht genau wissen, wer er eigentlich ist, aber die beiden haben sich irgendwie illegal einfach mal durch den Dschungel vom Jurassic Park geschlagen und ja, mal gucken was sie finden. Was für ein Zoo? Kann sie antworten. Nein, das verstehe ich nicht. Ja klar. Erwarten Sie, dass ich das glaube? Keine Sorge, darin ist nichts. Sie wissen schon, Gefährliches. Finden Sie einfach einen Weg dadurch. Was hat Ihr kleines Spielzeug zu berichten? Das ist ein tragbarer Detektor, Schätzchen. Und der sagt, dass wir verdammt nah bei dem Behälter sind. Okay. 10.000 Volt. Warum so viel? Sicherlich nur um die Teenager fernzuhalten. Oder die Dinosaurier. Wisst Ihr das denn nicht? Wir können das hier mitnehmen. Nee, das heißt sicher, dass der Strom aus ist, oder? Vielleicht. Ja, ja, na klar. Ladies first. Nee. Nee, tu's nicht. Tu's nicht. Isto no me gusta nada. Nicht anfassen. Oh Gott. Oh Gott. Wenn die jetzt voll ein Gewisch kriegt, dann haben wir ein Problem. Ja. Gott sei Dank. Ich meine, wissen Sie, es ist so... Gehen Sie vor. Aber wie wir alle wissen, wenn der... Oh, die... Die Lofosaurus. Oh oh. Wenn der Strom aus ist bei Jurassic Park, das verheißt nie was Gutes. Ein Zoo ist gut. Haben Sie das gehört? Was war das? Nein. Ein Tier. Etwas, das ich noch nie gehört habe. Okay, dann wir... Wir sollten... Äh... Das Tier kenne ich. Wir nennen ihn Mokuba. Wie ich diesen Dschungel hasse. Dort. Hier lang. Das ist es. Maximale Signalstärke. Es ist ganz nah. Es ist zu dunkel. Ich brauche Licht. Wo ist Ihre Taschenlampe? Die haben Sie. Ach ja. Habe ich Sie fallen gelassen? Haben Sie etwas gesehen? Verfluchte. Hier drüben. Na also. Hey Nedry! Stecken Sie fest oder was? Nedry! Sind Sie taub? Da kletter ich nicht mit meinen Non-Stivalis rauf. Hey, ich gehe außen rum. Das geht schneller. Okay. Dann mach mal. Ja, mehr als gedrückt halten kann ich nicht. Okay. Das reicht, das reicht, das reicht, das reicht, das reicht, das reicht, das. Manchmal bin ich verwirrt hier. Hallo, jemand da? Vielleicht solltest du da erstmal reingucken. Das erinnert mich doch sehr stark an den ersten Teil vom Jurassic Park Film. Als ob sie bei diesem Auto sind, wo dieses Vieh ist, was dann halt, ja, so voll giftig ist, dieses Gift spritzt. Und das mit dieser Taste hier, das check ich nicht. Wie ihr seht, drücke ich sie schon, aber irgendwie geht es mal und dann wieder nicht. Ich halte sie jetzt einfach mal länger. Wieder. Wenn sie das jetzt aufmacht, ist das Vieh da drin. Das sieht nicht gut aus. Und ich will immer noch rein und das aufmachen. Ah, okay. Sorry, an die Steuerung muss ich mich noch gewöhnen. Ja, ich wusste es. Okay, das Ding sitzt tatsächlich drin, ne? Na, geschafft. Ich hab doch gesagt, herumgehen ist besser. Etwas hat mich angesprungen. Es war auf ihrem Freund dort. Oh, ist ja widerlich. Etwas hat von ihm gefressen. Was ist das für ein verfluchter Sof? Hören Sie, machen Sie sich keine Sorgen, okay? Das war nur irgendein Tier. Wir nehmen den Behälter, dann verschwenden wir. Wo ist er? Ich finde ihn nicht. Wo ist der Behälter? Der Rasierschaum, wo ist er hin? Und ich dachte, es ist nur ein Zufall, diese Parallelen mit Jurassic Park, dem ersten Film. Aber es ist ja tatsächlich die Story aus dem ersten Teil. Also, cool. Äh, weiß ich nicht. In der Nähe. Äh. Er ist in der Nähe. Wie Sie sagten. Wenn er nicht im Auto ist, könnte er überall im Umkreis von 300 Metern sein. Mist. Dodgson bringt mich um. Bringt Dodgson mich um? Sorgen Sie sich nicht wegen ihm, sondern wegen diesem Ding. Ich mache mir Sorgen, okay? Was soll ich denn tun? Sie wissen, dass wir nicht mit leeren Händen zurückkehren würden. Sehen Sie da. Wo denn? Fußspuren. Er hat einen Spaziergang gemacht. Seine Spur ist eine Fährte, der wir folgen können. So finden wir den Behälter. Richtig. Okay. Das, das ergibt Sinn. Aber warten Sie. Was ist, wenn eines dieser... Okay. Ähm. Sie sehen da unten nach. Ich, äh. Ich überprüfe noch mal das Auto. Nur für den Fall. Wieso weiß sie eigentlich überhaupt nicht, wo sie ist? Das ist doch komisch. Ich meine, das wimmelt doch da nur von Hinweisen. Guck dir auch mal direkt die Fußspuren an, die wir hier vorne haben. Kein Behälter da. Die Spuren führen da lang. Okay. Habe ich jetzt wieder nach oben gesagt? Ja, okay. Wollte ich gar nicht. Was macht er hier eigentlich? Ah, jetzt können wir mit dem Licht aber zumindest arbeiten. Das ist ja auch gut. Lassen wir das einfach mal so. Wenn das Licht nicht geht, dann... Oh, übel. Wie sieht er jetzt echt alleine reingehen? Mädel, pass auf. Du bist hier zufällig in einem Dinosaurierpark. Nee. Sind es auch nicht. Ähm... Wollen wir hier? Die Insel, Auftraggeber, Scheinwerfer, Tiere. Was für Monstros halten die bloß hier? Er war ein schwerer Mann, leicht zu finden. Okay. Er gehört ins Büro, nicht in den Dschungel. Es wird nie mehr so sein wie früher. Da ist 100 pro was drin, ne? Da drin kann er nicht sein. So weit kam er nicht. Dann gehen wir woanders hin. Was haben wir hier? Nur interessiert ist gut. Auch da muss man aufpassen. Ähm... Er hätte freikommen können. Äh... Was haben wir hier noch? Hatten wir die Spuren nicht schon? Und dann brauchen wir tatsächlich noch ein bisschen mehr Licht. Das kriegen wir hin. Komm schon, wo hast du ihn versteckt? Nein. Wenn uns ihre Spuren nirgendwo hinführen, kommen wir hier nie wieder raus. Ja, das kriegen wir hin. Nochmal die Scheinwerfer ein bisschen drehen. Und zwar hier hin. Ja, das ist doch gut. Reicht das jetzt? Nee, da will ich gar nicht hin. Aber vielleicht müssen wir da mit den Scheinwerfern nochmal hin. Hier hin. Reicht das jetzt? Verdammte Käfer! Was? Was ist Ihr Problem? Nichts. Gefunden? Der Behälter ist nicht hier. Oh, verdammt. Ich bin am Arsch. Wir können nicht aufgeben. Seine Spur endet am Wagen. Sie müssen etwas übersehen haben. Keine Chance. Ich habe das Ding auf den Kopf gestellt. Ich werde eine Woche nach toten, fetten Kerl stinken. Sö, dann sähe ich halt nach. Gut, wie Sie wollen. Ich könnte etwas frische Luft brauchen. Oje. Dann untersuchen wir den mal. In dem Behälter sind ja die... Oh, was haben wir hier? Du hattest einen Behälter von etwa der Größe, nicht wahr? Da unten hast du ihn nicht verloren. Du hattest ihn dabei. Er kam eilig zum Auto zurück. Es stieß sich den Kopf und stürzte, falls er den Behälter fallen ließ. Ein bisschen mehr Licht vielleicht ja noch. Aber vielleicht findet sie ihn ja noch. Ah, da ist er ja. Yay! Und das Vieh ist aber wahrscheinlich auch nicht weit, oder? Baby, ich wusste, ich finde dich! Sie freuen sich aber sehr über die Seife. Das ist genauso ein Stück Seife, wie Sie eine Mechanikerin sind. Zehn Jahre Forschung. Millionen investiert. Das nächste Weltwunder. Sie wollen Engine fertig machen? Dann hiermit. Die Kronjuwelen. Wenn die das hier verlieren, bleibt denen nichts. Das sind Dinosaurier-Embryos, Schätzchen. Dachten Sie etwa, wir suchen nach Rasierschauen? Dinosaurier? Ich verstehe nicht. Das müssen Sie nicht verstehen. Das hält Sie frisch. Was? Was haben Sie denn? Nicht bewegen. Nicht bewegen. Oh, oh. Oh Gott, da ist das Vieh. Oh, Mist. Änderfischchen! Ist es weg? Es ist weg. Oh, ja. Siehst du das? So macht man das. Ja! Das steht dir recht. Du nicht! Kein Lärm machen. Das windeln wir von hier. Gut, Sie kennen den Plan. Meine Jungs schicken ein Boot. Wir geben Ihnen den Behälter, werden bezahlt und gehen nach Hause. Wir können nicht zum Treffpunkt gehen. Nicht mit all diesen Monstros in der Gegend. Genau. Wir nehmen das Auto. Bringen Sie das Auto her. Ich bleibe hier und gebe Ihnen Deckung. Wer hat jetzt Angst, hä? Na toll. Ja, genau das wollte ich halt sagen mit dem Rasierschaum, dass da drinne halt die Gene sind, beziehungsweise die Dino-Embryos. Wer den ersten Teil gesehen hat, weiß das natürlich. Aber dass der Teil hier so nah an den ersten Film grenzt, das hätte ich nicht gedacht. Was mich aber freut, weil man halt den Zusammenhang kennt. Oh, geh doch mal zur Seite, du Idiot. Ich finde ihn jetzt schon total hohl, den Typen. Nedris Lichtung. Abgeschlossen. Hey, hey, alles klar? Verdammt, Sie haben mich fast umgebracht. Sie hätten besser aufpassen sollen. Kein Licht mehr. Das Licht ist aus. Ich kann nichts sehen, verdammt. Wir sitzen fest und ich sehe nichts. Nein, 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 nein. Auf Licht, ich sehe nichts. Was, was? Genau. Tun Sie mir einen Gefallen und halten Sie den Mund. Es ist egal, ob es uns hört oder nicht. Es riecht uns. Oh Mann, trotzdem. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Plan? Was für ein Plan? Äh, geben Sie mir die Waffe. Das Auto anlassen. Bis zum Morgen brauchen wir dann. Sagen Sie doch was. Wir müssen nur das Auto starten und hier wegfahren. Den Parken starten? Ja, okay. Okay, Mist, es geht nicht. Ich kann nicht. Er, er springt nicht an. Was jetzt? Dann, versuchen Sie es mit dem Schlüssel. Versuchen Sie es nochmal. Vielleicht startet er. Ich habe es schon versucht. Er springt nicht an. Reparieren Sie es. Reparieren Sie das. Ich weiß einen Scheiß über Autos. Dafür habe ich jemand anderes. Ich repariere es. Ich repariere das. Sie reparieren das Auto im Dunkeln? Ja, genau. Hier ist ein loses Batteriekabel. Was soll das heißen? Wo ist die Batterie? Den rechten Stick drehen, um die richtige Stelle zu finden, in dieser Position halten, um die Batterie anzuschließen. Das ist es. Ich mache es fest. Okay. Können Sie bitte schneller machen. Ich bin dabei. Na also. Gracias a Dios. Was? Oh nein. Oh Gott. Jetzt haben wir ein Problem. Äh, sie ablenken. Wir müssen sie ablenken. Wir müssen sie ablenken. Sie ablenken? Okay. Ja. Ja. Ich bin dabei. Los geht's, Jungs. Abendessen. Hijo de Vera. Hey. Ich habe noch nichts gemacht. Ja. Nimm ihn. Ist mir egal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schnell, 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 Schnell. Oh Gott. Ich verkacke es. Ich verkacke es wieder. Ich wusste es. Du bist gestorben. Oh. Ach so. So. Ja, wie schnell soll man denn nach rechts drücken, ey? Bei mir wird sie noch ein paar Mal krepieren. Nur, dass ihr es wisst. So. Mach doch mal. Ja. Ich verstehe nicht, wie es so durchgeht. Oh. So, komm. Mach die Tür zu. Mach sie zu. Es geht nicht. Ich habe jetzt mal den linken Stick genommen und nach rechts gemacht. Und gerade eben habe ich den rechten Stick gemacht und nach rechts gemacht. Ich bin zu doof, um die Tür zu machen. Oh, schön. Bock? Vielleicht die Tür zu zu machen? Oder auch nicht? Ja. Ich drehe den Stick jetzt nochmal. Habe ich zwar auch schon gemacht, aber ich drehe ihn jetzt mal wild. Was? Das funktioniert nicht. Oh, toll. Ich habe es geschafft. Hey, ich habe die Tür zu gekriegt. Na, komm. Na, komm. Ja, irgendwie schaffen wir das. Na, toll. Ah, nee. Ja, nee. Wir machen alle approach. 對' dann 무� induction ich. Oh, ja. Leo. Da. Ah. Hab's also gelas future. Ah. Investment. Aus my end, geht Boxunter. Weg, da. Umые 무 enferme bambo." Oh, ja geht's mulch. Er communicate im Knowledge number. Das war's n Chip unserer oblige thinks. Ich bin kein Tod. Ich bin sicher. Oh, ja, ich bin- atest Willier. Da. Ja, ich bin dejar. Oh mein Gott. Ach, nö. Warum ist die da überhaupt rausgegangen wieder? Das verstehe ich nicht. Oh Gott, das Vieh. Ja, okay. Ja, okay. Die Lofosaurus-Begegnung abgeschlossen. Was kommt jetzt, dass die wegrennen? Etwas Schlimmeres? Etwas Tödlicheres? Oh Gott. Die Quicktime-Events, die töten mich auf jeden Fall jetzt schon. Okay, ich habe die kleinen Dino-Babys. Boah, mal eben so ein Stück Fleisch weggefetzt. Und das ist der Grund, wieso wir mit ihr angefangen haben, durch den Jungle zu rennen. Jetzt wissen wir es. Ja, cool. Boah, kann man ja mal einfach alles abstellen. Lass uns reden, was ist los? Oh, wir kennen da jetzt auch eine, die Spanisch kann. Kopf hoch. Wenn der Park eröffnet wird, gibt es viel mehr zu sehen. Dann kannst du wieder vorbeikommen. Klar, das klingt gut. Äh, Sveta, lass uns reden. Hör zu, Jess. Ich habe so viel gearbeitet. Wir hatten kaum Zeit zu reden. Oh oh. Jess, deine Mom hat mir von dem Ladendiebstahl erzählt. Das war nur Spaß. Ich habe nichts Wertvolles genommen. Was hat sie gesagt? Was sie gesagt hat, erfahren wir im nächsten Part von Jurassic Park The Game. Leute, schaltet wieder ein und bis dann.